Spektakuläre Rettungsaktionen und eine Nachtwanderung, Frank-Volksmusik und eine Studie über Migräne. Alles das und mehr in der kommenden halben Stunde Frankenschau aktuell. Hallo und grüß Gott zusammen zur Dienstags-Ausendwo finden wir da unseren Außenreporter Albrecht. Alle unsere Nachrichten und weitere Hintergründe dazu finden Sie übrigens auch im Netz unter www.frankenschau.de. Schauen Sie doch mal rein. Seegebiete machen jede Menge Lärm und verpesten die Luft. Mit Klischees sind wir ja meistens schnell zur Sache. Wenn es beispielsweise um Motocross-Fahrer geht. Die Motorsportfreunde Sinngrund wollen diesem schlechten Image ein bisschen entgegenwirken. Sie trainieren tatsächlich in einem Naturpark.